wir haben es geschafft wir haben die 1000 abonnenten geknackt vielen vielen dank für euren immensen support moin moin und herzlich willkommen auf den kanal Tungnel TV die 1000 abonnenten sind auf youtube ein riesiger meilenstein da wir jetzt den channel monetarisieren dürfen die grundvoraussetzung sind dass man eben 1000 abonnenten hat und eine watch time von mindestens 4000 stunden in den letzten zwölf monaten erreicht hat und durch euren support durch deinen support haben wir es geschafft diesen meilenstein zu erreichen da es grundsätzlich viele fragen zu der kanal monetarisierung gibt möchte ich diese mit euch zusammen durch sprechen ihr müsst als allererstes einmal in euer youtube studio dann findet ihr links den reiter monetarisierung dann kommt ihr auf diese seite es gibt jetzt hier einmal die monetarisierungsrichtlinien von youtube diese öffnen wir einmal und hier könnt ihr sehen was euer kanal denn mitbringen muss was überprüft wird es werden dinge wie eben das hauptthema meist gesehene videos die neuesten videos die wiedergabezeit und ähnliches angeschaut was ganz wichtig ist es gibt sachen die sind nicht so gerne auf youtube gesehen sind zum beispiel hassreden nacktheit pornografische inhalte spam irreführende praktiken betrug und so weiter bevor ihr euch also für diese monetarisierung einschreibt solltet ihr wirklich schauen dass euer kanal in einem guten zustand ist räumt ihr noch mal auf habt ihr videos wo ihr denkt das könnte vielleicht probleme bereiten nehmt diese tatsächlich lieber raus wenn ihr sicher seid dass euer kanal den richtlinien entsprechend konform ist dann klickt ihr auf jetzt bewerben und los geht's als allererstes müssen wir jetzt einmal die nutzungsbedingungen des partnerprogramms durchlesen also einmal auf starten klicken und alles ausführlich durchlesen in den nutzungsbedingungen von youtube kannst du folgende dinge sehen grundsätzlich ist das ganze auch für personen unter 18 möglich allerdings brauchst du dafür einen elternteil oder erziehungsberechtigter der für dich eben diese sachen akzeptiert und liest gleichzeitig wird über die monetarisierung gesprochen sprich wie sieht das ganze aus wie viel prozent von der geschalteten werbung verdienst du und auch wann das ganze ausgezahlt wird nämlich erst ab 100 us dollar es wird auf regeln eingegangen sprich die ganzen richtlinien für dieses partnerprogramm dass du diesen zustimmst und ich natürlich auch bewusst machst was das ganze bedeutet wenn du dich dagegen regelmäßig verstößt kann es zu einem ausschluss und auch zu einer kündigung deines partnerprogramms kommen das sind die wichtigsten punkte aber wie gesagt lest euch das ganze selber einmal durch anschließend müssen wir diese benutzungsbedingungen akzeptieren dafür scrollen wir runter und wir setzen hier einmal einen haken ich akzeptiere die nutzungsbedingungen des youtube partnerprogramms es besteht noch die möglichkeit e-mails mit news zu bekommen wenn du das möchtest kannst du es natürlich auch machen ich möchte mir die gerne mal anschauen und klicke jetzt auf bedingungen annehmen anschließend ist der erste schritt bereits erledigt schritt nummer zwei wir müssen ein google adsense konto anmelden dieses konto ist quasi dafür da dass du über die werbung einnahmen generieren kannst wir klicken also wieder auf starten jetzt müssen wir ein adsense konto anlegen wenn ihr schon eins habt perfekt dann gebt ihr es einfach ein und ihr solltet schon durch sein in meinem fall habe ich noch keins nein ich habe kein adsense konto es wird mir jetzt noch ein paar hinweise gegeben dass wir jetzt auf die adsense seite weitergeleitet werden und dann wieder auf youtube zurückgebracht werden wir klicken also jetzt einmal auf weiter jetzt loggt ihr euch mit euer konto an alternativ könnt ihr hier ein anderes konto nutzen wenn nicht das richtige eingefügt ist eure website ist automatisch schon eingefügt diese könnt ihr auch nicht mehr bearbeiten dann können wir hier noch einmal e-mails wieder freischalten adsense noch besser nutzen ich möchte tipps zum vorschläge für die leistungssteigerung halten schaue ich mir auf jeden fall mal an mal gucken was wir da bekommen land oder gebiet auswählen sollte auch selbst erklärend sein bei mir ist es deutschland dann kommen wir anschließend wieder zu den nutzungsbedingungen welche wir uns einmal durchlesen sollten in den adsense nutzungsbedingungen stehen wieder sehr viele informationen drin viele sind jedoch auch identisch oder sehr ähnlich mit den youtube partnerprogramms richtlinien was ihr auf jeden fall wissen solltet ist wenn ihr sechs monate inaktiv seid dann verliert ihr diese adsense verknüpfung und euer channel ist nicht mehr monetarisiert ihr könnt euch jederzeit jedoch wieder dafür bewerben es werden gleichzeitig auch regelmäßig tests durchgeführt ob dann die qualität stimmt und auch ob diese richtlinien nach wie vor eingehalten werden also ihr solltet wirklich darauf achten dass euer kanal langfristig sauber bleibt ansonsten sind viele dieser nutzungsbedingungen im standard mäßig sprich eine haftungsbegrenzung aber auch dass man kein geistiges eigentum nimmt die regeln richtlinien und ähnliches werden erklärt wenn ihr alles durchgelesen habt dann müsst ihr den nutzungsbedingungen einmal zustimmen und damit versichert ihr dass ihr der administrator dieses kontos seid wir erstellen also einmal das konto den nächsten step den könnt ihr besser wie ich ihr gebt einmal eure privaten daten an danach klicken wir einmal auf senden und anschließend werden wir einmal wieder zurückgeleitet ok es steht jetzt tatsächlich in bearbeitung da und nicht erledigt die genehmigung kann noch ein paar tage dauern der punkt nummer drei den können wir ebenfalls gerade nicht bearbeiten dieser schritt beginnt automatisch sobald du die ersten beiden schritte abgeschlossen hast aufgrund der ausnahme pandemie situation wird sich das ganze wahrscheinlich also ein bisschen verzögern wie lange das dauert sehr schwierig zu sagen ich habe schon von situationen gelesen wo man ein bis zwei monate warten musste also lassen wir uns mal überraschen ich werde allerdings unten im kommentar anpinnen wie lange das ganze denn wirklich gedauert hat und ja das war leichter wie gedacht ich hoffe dass ich dir mit diesem video dennoch weiterhelfen konnte vielen lieben dank fürs einschalten und bis demnächst ciao